Am Samstag, den 23.07.2022 gegen 18.30 Uhr wurde die Berufsfahrwehr Bonn zur Marktgarage alarmiert, da ein Hund in einem Pkw eingeschlossen war. Der Halter erschien jedoch zeitig vor Ort, sodass keine weiteren Maßnahmen notwendig waren. Im Einsatz waren das Tankdurchfahrzeug 1 und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.